so willkommen zu einer neuen folge pokémon go heute ist sonntag es ist jetzt gleich halb drei und 11 bis 14 uhr war ja heute ein weiteres team go rocket event beziehungsweise eine invasion wenn man das so nennen möchte wieder mal rund alle stops die in der stadt waren und so waren befallen von team go rocket ihr habt pro rübel immer 1000 sternen stau bekommen für die bosse sogar 2000 fleißige spieler waren ja eh schon bei der top kampf herausforderung wo sie eh fünf bosse besiegen mussten und 15 rübel machen das konnte man heute natürlich gleich mit verbinden es ist der rocket ballon häufiger aufgetreten der mauzi ballon ist häufiger aufgetreten jesse und james gab es häufiger und wir wollen jetzt mal auf die ausbeute gucken nach drei stunden rocket invasion ich habe die alle noch nicht bewertet ich bewertet jetzt zum ersten mal alles was ich gefangen habe alles was ich von team go rocket bekommen habe wir gucken natürlich war ein shiny dabei von den bossen ist ein hunderter dabei als krypto oder ist eins dabei was man zu einem hunderter erlösen kann was habe ich so für typen gehabt das seht ihr dann an den pokémon die hinterlassen wurden ich kann euch jetzt schon sagen ich habe insgesamt in den drei stunden zwei und siebzig rocket rübel besiegt beziehungsweise bosse beziehungsweise ballons beziehungsweise jesse james jesse und james kommen ja aus einem mauzi ballon aber ihr kriegt ja von beiden jeweils ein pokémon und es sind zwei verschiedene kämpfe die halt direkt nacheinander sind aber zähle ich deshalb auch als zwei das ist jetzt noch alt ne möchte ich euch aber auch noch mal zeigen ihren rettern bekommen richtig schlecht weder shiny noch gute ev smogon richtig schlecht weder shiny noch gute ev dann heute beim spaziergehen als ich frühs meine drei rates gemacht habe habe ich noch mal den mauzi ballon gesehen hier auch wieder rettern richtig schlecht smogon richtig schlecht und dann ging es im prinzip hier los ab dem labras ich hatte nämlich dann schon sechs von sechs rübeln voll hatte einen rocket radar und obwohl ich gestern komplett versagt habe immer wenn ich sierra getroffen habe bin ich komplett untergegangen die hat alles von mir weggerust egal ob ich da maromai am anfang hatte ob ich da regi rock am anfang hatte zum schilde rauslocken ob ich da lucario am anfang hatte als kampf und zum schilde rauslocken egal was ich hatte selbst meistergriff alles ist untergegangen gegen sierra gegen labras sabrina hat mir den tipp gegeben natürlich danke dafür auch ging es auch um fallendes wasser ist auch eine kollegin von ihr und sabrina und da ist dann zu mir durchgedrungen dass man doch einfach melmetall nehmen könnte mit seinen elektro angriffen und steinhage das hat eigentlich gut geklappt weil melmetall hat sehr gut gegen labras stand gehalten ich konnte die schilde rauslocken und ich konnte labras ab und zu auch besiegen habe dann aber weitergemacht mit despoda und steigenkande mit lucario trotzdem je nachdem was danach kam manchmal kam dann noch unlicht pokémon den hat man doch noch saures gegeben ich hatte sogar auch den fall dass ich zwei labras und ein tango list hatte als gegnerisches team war auch kein problem gestern sind alle von mir gestorben an einem labras diesmal habe ich sogar zwei labras und ein tango list easy down gemacht also danke nochmal an die tipps danke für den tipp mit dem melmetall hat auf jeden fall sehr gut geklappt mit diesem labras hat also angefangen von sierra werden wir jetzt auch mal bewerten hat aber natürlich schlechte iv ich weiß nicht ob wir ob ich mir notieren soll wie viele bosse wir dabei hatten oder ob man das sich rechnerisch dann ausrechnen kann wenn man 72 durch 6 teilt oder so ungefähr aber dann zählen ja auch die na gut maut jesse james zählen ja trotzdem auch als rüpel ich glaube die zählen jetzt ein rüpel aber halt als mit zwei pokémon keine ahnung dann haben wir auf jeden fall hier einen hund duster gehabt ne aber natürlich auch schlecht ist auch nichts besonderes ein schellers dabei das sieht auf jeden fall schon viel viel besser aus wenn man die ersten zwei werte betrachtet der dritte wert trotzdem leider nichts mal gucken ob euch auffällt welches pokémon gar nicht dabei ist was ihr vielleicht habt sowieso natürlich die frage an euch wie viele rüpel habt ihr geschafft in der zeit wie gesagt ich habe 72 gehabt wie viele habt ihr geschafft schreibt es mal in die kommentare wie viele shinies habt ihr bekommen wie viele hunderte könnt ihr erlösen also ihr könnt mal eine richtig fette statistik aufstellen und gab es irgendwas was ihr gar nicht bekommen habt mir ist sofort ein was eingefallen worauf ich die ganze zeit gewartet habe was aber nicht kam habe ich pech gehabt ne hier ein skunkapu ist natürlich ein neuer satz den gab es vorher gar nicht da wo licht ist ist auch schatten also direkt ein unlicht pokémon kannte ich nicht skunkapu müsste jetzt auch neu sein magnitilo habt ihr hier 15 14 und 5 also das auf jeden fall auch heftig ein satz hatte ich dabei wo es auch wieder darum ging siegen ist für sieger oder so ähnlich also so ein heftiger satz auf jeden fall wo es ein relaxo als erstes zu fangen gab war auch kein problem eigentlich auch mit lucario oder mit dem ganzen anderen gesorgt also mit steigerung sieb ihr steigert euch permanent habt könnt einfach draufhauen die haben inne kampfschwäche wieder ein skunkapu ein slimer das also auch von einem boss hat das jetzt gepasst dass dazwischen genau sechs stück sind das von einem boss eins zwei drei vier fünf sechs hat also genau gepasst dazwischen sind immer sechs stück ich mache mir trotzdem mal ein vermerk dass ich da den überblick behalten slimer war also vom zweiten boss da habe ich also den zweiten boss gemacht aber auch wieder richtig miese iv schon wieder skunkapu ich glaube skunkapu war das meiste was überhaupt kam aber ist auch kein hunderter wohin genau wohin genau finde ich so nervig immer wenn dieser psychosatz kommt nehme ich ja immer so despot da bis knirscher weil wenn da simsala kommt das fällt um wenn da äh traumado kommt das fällt um wenn das andere teil kommt hier hypno das fällt um aber ab und zu haben die als erstes wohin genau drin und wohin genau das knallt einfach so rein bei mir das hält so viel aus und das macht gleichzeitig so viel schaden wenn ich ein despot da habe muss ich immer schauen äh dass ich es mit dem ersten überhaupt schafft gegen das wohin genau manchmal es gab schon momente da musste ich mit dem zweiten das wohin genau fertig machen und die restlichen zwei waren dann einfach gar nichts aber wohin genau ein richtig fieser gegner wie ich finde dann haben wir hier noch ein enton wieder ein skunkapu auch nichts besonderes das sieht schon gut aus aber der zweite wert lässt nach warum kann man hier immer so durchschauen durch das pokémon das sieht man plötzlich den hintergrund durch ab und zu ja der nebel der macht es ein bisschen skunkapu nochmal ich glaube wirklich das war das das am meisten slimer da könnt ihr auch mal sehen wie oft welcher rocket boss kam werden also ein labras dabei und zwei slimer bisher slimer gab es vorher ganz normal von den rübeln jetzt gehört zu einem boss aber naja egal magnetilo nochmal dabei potrot fand ich auch ganz niedlich habe ich glaube ich auch neu habe ich vorher noch gar nicht gehabt vulcano auch nicht so heftig trauenfugil ja ist okay traumado nimmt man mal mit das erinnert mich an die tausendjährigen eier wer das gesehen hat tansar müsste der nächste boss sein da mache ich mir also wieder einen äh strich auf mein zettelchen und von den bossen die können ja alle shiny sein also shiny tansar shiny slimer shiny labras hat schon jemand einen shiny tansar bekommen schreibt es mal rein dann aber hier goldbart das ist cool zu mal lösen kostet ja nur tausend da freue ich mich immer dann der kampfsatz wo ganz aktuell von poge fans die eine übersicht gepostet haben und beim kampfsatz gibt es bei denen nur kickli und nokchan dass es macholo gibt das haben die einfach komplett ignoriert kickli auf jeden fall hier mitgenommen noch ein skunkapu macholo da ist es nämlich damit ihr seht dass es das wirklich gibt dann haben wir noch einen fukano noch ein potrot ein slimer das ist dann auch der nächste boss und damit war es jetzt schon der fünfte boss so wir müssten ja dann mindestens zehn bosse haben oder zehn mal sechs sind 60 72 10 bosse müsste man mindestens kriegen dann noch ein traumado ein nokchan noch ein traumado ein skorkler ist glaube ich auch das allererste mal dass ich überhaupt einen skorkler bekommen habe aus den rocket stops wie gesagt ich kann es gleich so sagen wie es ist ich fand die rocket invasion richtig genial mir macht das übelst spaß einfach das alles abzugrasen und dann die ausbeute anzuschauen andersrum ist es wenn ich normal zock und irgendwo ist da gerade ein boss oder ein rocket stop den lasse ich immer stehen dass ich immer liegen wie auch immer dass ich sitzen ich interessiere mich null dafür aber bei so einem event wo du weißt jetzt hast du drei stunden mit gibt es mehr staub jetzt kannst du am stück genau nur das machen und es zählt jetzt dahingehend da bin ich übelst motiviert da habe ich bock da drauf aber außerhalb von dieser invasion mache ich so gut wie keine rocket stops gar nichts ich habe auch jetzt erst während dieser invasion die 900er marke geknackt von der medaille beim bier benny habe ich gesehen hat seine tausend voll gemacht ich bin gerade mal jetzt bei 912 am ende andere haben da schon fast 3000 oder irgendwas also richtig heftig hier rettan das war also wieder ein mauzi ballon rettan und smogon aber auch beides richtig schlechte werde wieder ein slimer also slimer ist bis jetzt am häufigsten dann wieder rettan und nochmal smogon ihr seht da war schon wieder ein mauzi ballon wulpix gab es hier traunfugil gab es kigli carbador da freut man sich natürlich kann man auch für tausende lösen ähm nidoran zieht der dritte wert natürlich nicht mit dann wieder ein boss mit tansa diesmal ich glaube labras ist also bis jetzt am wenigsten 5 6 7 müsste jetzt der achte boss sein wieder ein mauzi ballon mit rettan mit smogon aber kein shiny dabei kein hunderter dabei äh wohin genau dieser fiese sack der so elendig zu besiegen ist skungabu traunfugil zubat wieder ein tausender zum erlösen finde ich sehr gut labras nächster boss labras kann mir nichts mehr anhaben ich weiß jetzt wen ich nehmen muss hydropi haben wir noch dabei wir haben noch ein rettan dabei noch ein smogon also schon wieder ein jc james ballon shellast war dabei traunfugil nochmal traunfugil tansa jetzt geht es aber ab da haben wir eigentlich die 10 voll das heißt wir kommen sogar fast schon zum ende nein noch ein elektek ein traunfugil noch ein elektek das nix nidoran magnetilo shellast nee tansa noch ein boss es ist der elfte boss skungabu reicht aber auch wieder nicht noch ein nidoran noch ein rat fratz auch für tausend zum erlösen fucano cabador macholo labras ich glaube das ist sogar jetzt schon das letzte genau und zum abschluss ich muss ehrlich sagen es war schon um zwei aber weil ich gesehen habe ich habe vier von sechs bei den äh bei den mysteriösen teilen habe ich gedacht ich mache noch zwei stück extra weil die gerade in der nähe sind und nehme als abschluss nochmal einen boss mit labras das war also das letzte wir haben also insgesamt 12 bosse erledigt 72 stops 12 bosse 0 shinies 0 hunderter das ist also meine statistik 72 12 0 0 wäre cool wenn ihr mir eure vier zahlen auch mal reinschreiben würdet wie viele stops ihr gemacht habt wie viele bosse davon man kann ja auch selbst wenn man einen boss machen kann muss man den ja nicht machen man kann ja weiter die normalen rocket stops machen ich habe aber immer wenn ich den radar einsetzen konnte den direkt verbraucht und dann ist wieder den nächsten rübel gemacht bei einem habe ich glaube ich trotz radar noch einen weiteren rübel gemacht bis ich zum nächsten boss kam aber ansonsten habe ich immer direkt sobald der radar da war radada da war den rübel gemacht jetzt noch ein was für die leute die es noch nicht wussten oder noch nicht ne ihr könnt ja auch bei euch in den shop gehen könnt auf individualisieren drücken und könnt euren avatar schon wieder anpassen jetzt habe ich dem dieses hässliche rocket outfit angezogen der ganger rucksack passt farblich vielleicht ein bisschen dazu zum göttel ich wollte mir nur diese mütze angucken ich wollte dieses capi anschauen habe es einmal angeklickt damit er es aufsetzt da hat sich das spiel so aufgehangen ich habe gedacht was ist jetzt denn keine ahnung da ging einfach überhaupt gar nichts mehr so wie hier wenn ich jetzt auf ich drücke auf die ente ne es hat den hut auf alles klar man geht zurück so habe ich es ja auch gemacht eigentlich ich bin hier auf die mütze und dann hat er es so ewig geladen und dann hat sich gar nichts mehr getan und plötzlich ging es und da habe ich gedacht und da hat es mir coins abgezogen und hat automatisch die mütze gekauft die wollte ich gar nicht kaufen ich wollte die eigentlich mir nur mal angucken wie die aussieht auf dem kopf naja jetzt ist es zu spät ich finde das outfit aber trotzdem naja nicht so prickelnd sieht also nicht so schön aus wenn man sieht die anderen die ganzen rüpel mit ihren schwarzen klamotten das sieht richtig heftig und gefährlich aus aber hier das das lilane mit dem weiß und diesen schwarzen latex handschuhen sieht aus als würde er gleich eine kuh befruchten wollen aber gefährlich sieht das auf jeden fall nicht aus habe ich jetzt trotzdem für diese folge angezogen für dieses event und ein was möchte ich auch noch machen zur vollständigkeit wir geben nämlich mal krypto ein und ich habe ja immer versucht alle krypto familien zu sammeln bin dann davon abgekommen jetzt habe ich alles aus den augen verloren wir schauen mal welche krypto familien wir jetzt noch voll machen kann aufgrund der aktuellen lage was wir da alles bekommen haben in ruhe werde ich dann irgendwann alles erlösen was ich erlösen kann ihr seht also hier da könnt ihr ja auch mal vergleichen was ihr so habt wenn ihr es nach pokedex nummer sortiert ob ihr bisher so alle bekommen habt oder ob ihr eins verpasst habt ob eins durch die lappen gegangen ist honliyoko kunabibor radfratz und radikal rettan da können wir auf jeden fall eins mal zur abog entwickeln machen wir auch mal hier wir gucken natürlich nicht nach den werden wir entwickeln einfach das höchste weil das mache ich eigentlich immer so bei den shinies mache ich es auch so das höchste entwickle ich weiter und das niedrigste lasse ich so jetzt also hier auch ein krypto abog habe ich vorher eben noch nicht gehabt haben wir jetzt dabei passt auch auf jeden fall dazu dann haben wir hier sandan sandama nidoran das heißt ich habe die ganze zeit kein nidoran gehabt und habe heute zum ersten mal erst nidoran bekommen was natürlich sehr schade ist weil das heißt wir fehlen jetzt noch nidoran männlich und nidoran weiblich damit ich trotzdem die einträge habe entwickle ich die beiden aber auch mal durch bis zum ende und weiß auf jeden fall dass ich noch mal ein männliches und weibliches nidoran mir holen muss weil ich dann nur die erste stufe und die letzte stufe habe und mir fehlt die zwischenstufe aber dann sehe ich die leute die immer sagen ja macht doch mal die beutelerweiterung weil 3000 ist viel zu wenig 3000 reicht gar nicht aber das ist halt das problem das liegt ja an euch selbst was ihr sammelt und was ihr nicht sammelt es gibt es gibt halt leute die sie heben nur ihre besten pokemon auf von den iv werden oder vom level und die sammeln keine krypto familien die schmeißen einfach alles weg und das war's ist gar nicht mal so verkehrt ne denn wenn ihr jetzt alle familien sammelt als living decks dann alle shiny familien als living decks dann alle krypto familien als living decks plus alle lucky familien als living decks das geht nicht da ist dafür ist dann wirklich zu wenig platz da und eigentlich was macht ihr großartig mit den krypto pokémon ich meine die meisten machen nur kryptos in der hoffnung dass sie was mit guten iv erlösen können und wenn es keine guten iv hat dann schmeißen sie es sowieso direkt weg und erlösen es auch nur wenn es ein hunderter wird also living decks living crypto decks ist das euer ding ist das nicht euer ding ich weiß es nicht wulpix haben wir auch neu beziehungsweise haben wir auf jeden fall noch keines entwickelt machen wir uns auch mal hier noch einen krypto vulnona das zieht die sendung jetzt etwas in die länge aber ich finde das gehört irgendwie dazu jetzt extra noch ein video zu machen nur für die entwicklungen aus dem beutel heraus wäre irgendwo quatsch heute ist eh sonntag deswegen ihr habt vielleicht zeit gönnt euch das hier zu bat gol bat x bat kommt dann weiter hinten haben wir auf jeden fall auch mirapla duflor giflor blutzug omot mauzis nobilikat enton entoron fucano akani quapsel quapu quapo abrakadabra simsala macholo da müssen wir es auf jeden fall aber auch so machen genügend bonbons sind ja da ein machomai machen und ein maschok machen damit da auch die familie voll ist dann fehlen bisher halt nur zwei nido ransen ein männlicher nido ransen und ein weiblicher nido ransen dann ist eigentlich alles okay ja weil du der heftigste hier warst ich will den entwickeln das ist ja auch quatsch es steht da möchtest du ihn wirklich entwickeln wenn du ihn tauscht kannst du ihn kostenlos entwickeln aber wir alle wissen ja dass man krypto pokemon nicht mehr tauschen kann das ging am anfang jetzt geht es aber nicht mehr sprich ich könnte mir gar keinen krypto macholo rüber tauschen damit ich daraus ein krypto machomai machen kann 1051 sieht sehr gut aus brauchen trotzdem noch die zweite stufe deswegen werden wir den auch nochmal entwickeln 72 stops 12 boss 0 shiny 0 hunderter und ich habe echt noch gedacht dass mogon und rettern vielleicht geboostet sind weil so viele leute schon shinies davon gepostet haben obwohl das jetzt gar nicht so lange drin war also erst vor kurzem reingekommen ist aber nichts knofenser ultrigaria sazenia magnetilo magneton slime slime traumado hypno ko ok ko Können wir einen Kokowai noch machen. Aber Ober ist doch auch schon länger drin, oder? Ich glaube, habe ich beim letzten Mal vergessen, einfach zu entwickeln und zu machen. Machen wir es halt jetzt mit. Ich glaube, der Extrem wird mich eh boxen. Der fragt schon die ganze Woche, wann 7 Tage, 7 Stops wiederkommt. Der nächste Teil von Bürden. Und ich habe gesagt, ja, das mache ich am Sonntag mit alles. Aber ich finde, die Folge würde dann heute reichen. Und wir machen 7 Tage, 7 Stops morgen. Weil ich möchte dann heute Abend vielleicht noch was anderes hochladen. Kikli, Nokchan, haben wir hier. Smogon, eben auch das Höchste. Entwickeln das zu Smogmog. Und irgendwie auch lustig, dass Smogon ja eigentlich immer so einen dummen Blick hat. Aber als Krypto-Smogon, da guckt das nicht nur fies, es hat auch einen ganz... Seinen Mundwinkel ist auch komplett anders. Also bei ihm sieht man den deutlichsten Unterschied immer. Bei Smogmog dann nicht mehr. Bei Smogmog sieht er aus wie immer. Nur, dass er halt so rote Augen hat. Aber das... Ihr seht ja, guckt, wie dumm er lacht auf dem Vorschaubild. Aber dann auf einmal... Aaaaaah. Da ist nichts mehr mit Lachen. Ne? Sichlor, Lactech, Magma, ja die ganzen Sino-Entwicklungen müssten hinten kommen. Kavador, Garados, Labras, Porygon, Relaxo, Arglos, Zapdos, Lavados. Dratini, Dragonia, Dragoran, X-Bad, Voldilam, Vardiamferos, Blubella, Quaxo, wer wohin gedacht hat, die hab ich ausgelassen. Traunfugil, wohin genau? Tanzer. Da müssen wir auf jeden Fall auch eins machen. Ist ja jetzt auch erst neu beim Boss. Vor allem dieses düstere, vernebelte Hintergrundbild beim Desktop, obwohl man tagsüber spielt und es draußen auch hell ist und tagsüber... Ich hätte hier voll das dunkle Szenario machen müssen, damit man einem das abkauft. Skorklar können wir leider nicht weiterentwickeln, weil da haben wir nur eins. Potrotz, Nibel, Bodokel, Hundusta, Hundemon, Porygon 2, Damierplex, Raikou, Ente, Suikun. Auch voll. Lavita, Pubida, Despoda, Hydro, Bimora, Belt, Zumbäck, Samurzelplan, Astengolist, Rassla, Kirlia, Gardevoir. Fehlt aber auch. Ne, fehlt nicht. Kommt dann hinten, glaube ich. Sind ja noch nicht durch. Karnivania, Toheido können wir noch machen. Seht ihr, was man da alles findet. Ich habe auf jeden Fall jetzt kein Karnivania mitgenommen und gefangen, aber habe schon länger zwei im Beutel, sagen wir mal so. Toheido auch richtig fieser Gegner. Ich habe immer so gedacht, okay, ich nehme meine Despoda-Armee wegen dem Rocket Boss, dann hat er plötzlich mittendrin Toheido und Toheido hat mich einfach auch komplett umgebracht. Knacklion, Knacklion, Libeltra, Vibrava, Tuska, Noctuska, Schubbet, Banetz, Willi, Zwirrklop, Absol, Kindwurm. Da habe ich wohl noch gar keins gemacht Na, wenn wir zwei haben, machen wir eins zum letzten Also eins zu Brutalanda Weil Kindwurm sieht cool aus, Brutalanda sieht cool aus Draschel oder wie das heißt dazwischen, ist richtig hässlich Brauchen wir aber auf jeden Fall auch noch einen Kindwurm Wo kriege ich Kindwurm jetzt her? Keine Ahnung Ihr seht, ist ein Schatten da, war also auch noch nicht entwickelt Nehmen wir auch noch mit Vervollständigen, die Kryptofamilien Obwohl ich das eigentlich gar nicht mehr machen wollte Aber egal Der Platz ist ja gerade noch da Die sind ja jetzt eh alle im Beutel Und ob ich die nun weiterentwickele oder tausendfach in der ersten Form lasse Stört ja in dem Sinne nicht So Shellas, Shellderain, Shellterain Shell, 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 Shellkarain, Shellterain Skungabu, nehmen wir auch mal das höchste hier Machen einen Skunkank, Skunktank Beste Namen immer Und ein paar, die halt wirklich extrem doppelt sind, wovon ich jetzt vier, fünf Stück habe Und schon die Familien voll, die kann ich ja dann auch wegschmeißen oder halt erlösen Das ist ja auch wieder was anderes Skunktank hat sie auch, Schneebedeck, Lexblisar Hier habt ihr jetzt also Sneevuna, Magnezone, Elevoltec, Magbrand, Porygon, Z, Galagladi, Zwirfinst Ihr seht, da ist also alles da 8000 Erfahrungspunkte gab es auch noch Da ist noch ein Raid Da ist noch ein Raid, da geht noch ein Raid auf, da geht noch ein Raid auf Trotzdem war es das jetzt erstmal von meiner Seite aus Die hässliche Kleidung versuche ich dann auch gleich wieder abzunehmen War jetzt nur für das Event Also schreibt mal rein, wie viele Rocket Rüpel habt ihr heute gemacht Wie viele Stops, wie viele Bosse habt ihr dabei bezwungen Habt ihr ein Shiny vielleicht bekommen von einem Boss Und, oder von Jay-Z, James Und wie viele Hunderter habt ihr vielleicht erlösen können Oder aus dem Stop bekommen Macht mal eine kleine Auswertung bei euch Schreibt es mir mal drunter Und sammelt ihr auch den Crypto Living Decks Habt ihr alle bisher bekommen Oder fehlen euch auch noch irgendwelche Pokémon Irgendwelche Legendären Schreibt mal das rein in die Kommentare Das war es von meiner Seite aus Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin Peace out Vorhaut euer Ramses